Das UN-Flüchtlingshilfswerk fordert von Deutschland und der EU eine umgehende Lösung für die Menschen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria. Es handele sich um eine humanitäre Notlage, die schnelles Handeln erfordere, sagte der Vertreter der UN-Organisation in Deutschland, Remus, der Funke Mediengruppe. Er begrüßte jedoch die angekündigte Aufnahme von 150 unbegleiteten Flüchtlingen als ein Zeichen, dass Deutschland Verantwortung übernehmen wolle. Wie viele Flüchtlinge von der Insel Lesbos könnten in Deutschland aufgenommen werden, darüber gibt es einen Streit in der Union und einen Gesprächspartner bei Michael Strempel. Ganz genau, Matthias Middelberg ist gleich bei uns, der innenpolitische Sprecher der Union und das ist für die gar nicht so einfach. Auf der einen Seite wird von einer christlichen Partei jetzt Barmherzigkeit verlangt, auf der anderen Seite will die Union auch den Druck auf die anderen europäischen Staaten mitzuziehen, hochhalten.